TV Berlin präsentiert Briefs, The Second Coming im Tipi am Kanzleramt. Erleben Sie eine rasant artistische Boylesque, ein Festival der Buddies, Briefs und Skills, eine explodierende Wundertüte visueller, musikalisch-artistischer Überraschungen, eine Orgie in Glamour, Licht und Lust an jeglicher Grenzüberschreitung. Briefs, The Second Coming, nur noch bis zum 28. März. Karten unter 3906 6550 oder unter tipi am Kanzleramt.de